Hallo, hier ist Hund unterwegs. Mein Name ist Konstanze Jeske und heute habe ich Ihnen was ganz Besonderes mitgebracht. Das sind Handschuh, die habe ich bei den Reitern gefunden. Und die Reiter, die brauchen einfach immer ganz besonders gute Handschuh, was uns Hundeleuten ja auch zugutekommt. Erstens sehen sie super cool aus und zweitens sind sie total praktisch. Hier oben an den Gelenken haben sie überall kleine Einsätze mit Elastan, sodass man die Hände optimal bewegen kann. Hier innen sind sie so angeraut, dass ich mein Handy damit bedienen kann. Die Handinnenfläche ist hier einmal mit Rauleder und einmal mit Glattleder ausgestattet, sodass ich super meine Leine halten kann. Ich kann damit hantieren, ich kann die Tasche aufmachen, ich kann Leckerchen geben, ich kann die Leine dran machen, ich kann das Geschirr befestigen und wieder abmachen. Und bei der Dummy-Arbeit kann ich auch super das Dummy entgegennehmen. Und hier, das ist das allerbeste, das ist die Sniff-Zone. Nämlich wenn man draußen unterwegs ist und es ist knacke kalt, läuft einem immer die Nase. Und ausnahmsweise könnte man sich damit dann die Nase abwischen. Man kann ganz bequem reinschlüpfen, weil hier an der Seite auch nochmal Stretch ist, kommt man gut rein und raus. Diese Handschuhe sind nicht nur cool und sie werden nicht nur damit auffallen, sondern sie sind total funktional. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Ansicht nach wirklich super und es ist etwas ganz Besonderes, was wir für Sie gefunden haben. Viel Spaß mit diesen super coolen Handschuhen, wünscht Hund unterwegs und Team. Ciao!